Was heißt hier Rade? Ich geb dir gleich Rade, übrigens. Hallo. Durch diese Kacke mit Zelda, dass ich Zelda tränke, habe ich schon ein Kilo abgenommen. Bitte was? Ja. Halt weniger Zucker insgesamt. Ja, und weniger Süßstoff, ja. Big Black? Ach, wo wär vor beim Team abfahren? Big Black heißt ja Nuss. Ja, Big Black. Äh, ich hab grad... ...ein... ...ein... ...big... ...meck verstanden. Ne, ne, Big Black, hab ich gesagt. Ach so, jetzt kommt wieder was raus. Eh, was? Wir sagen hier Big Black und dann kommt was raus. Alter, es ist so ekelhaft! Alter! Bisschen warme Luft raus. Mit Land, oder was? Big Black, sag ich mal. Glücklicherweise. Alter! Aber lange dauert das auch nicht. Boah! Ist das widerlich! Da kommt wirklich was Big Brown raus, Alter! Nein! Hallo, da war's vorbei! Hähnchen? Wohin willst du? Ja, ja, warte! Ich muss mich neu... ähm... ...neu positionieren. Neu gucken? Ach, wieder ein scheiß Tor, warte. Ich glaub's nicht. Ah, ja, scheiße. Der Rumpa! Hä? Nein! Zu früh! Ich dachte, dieser Rumpa hätte den gekriegt. Alter! Hähnchen! Also das Fliegen müssen wir noch üben. Oh-oh! 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 Der hat... Der Dach habe ich auch versucht, aber den hat er noch erwischt. Hä? Der warst du eigentlich ein WG-Mitglied da? Ich weiß es nicht. Oh-oh! Hört er dich nicht ab und zu mal ein bisschen, wenn du so laut bist? Ne, ne, ähm... Es ist nicht Christus' Eldar. Inzwischen... Im halben unseren Zimmern ist halt die... die Küche. Achso, okay. Ah, schade. Wieso? O-oh! Der Big Black. Warte. So. Ach, der große Schwarze. Wer hat Angst vor einem großen Schwarzen? Mann, was? Alter! Das klingt ja schon wie, äh... Jetzt mach ich einer auf Drisse. Ah! Hähnchen! Ja, ich bin auch raufgefallen. Also keine Sorgen. Naja. War gut. Oh, Alter. Oh, wieder dieser Big Black. Oh, was mach ich da? Meck da! Alter Hähnchen! Was geht's? Alter! Das hört sich krank an! Ich weiß! Alter, was? Oh! Oh, der ist drin! Alter, der hat mich weggekippt, der Typ, der jetzt den reingemacht hat. Fiese Sache! Dracobus! Der hat mich erst weggedrängelt, ey, so dass ich da wenden musste und der hat da hinten auch mal reingemacht. Oh! Alter! Boah! Alter! Alter, der Klatsch gegenüber am Deckel! Und Tor! Oh, was ist denn? Eiskalt! Eiskalt! Bei 22 steht es 2 zu 2. Bei mir steht 23. Ja, halt, fast 22. Ich habe als erstes auch gelesen, 22, deswegen, ich wollte das auch sagen. Ich glaube, da stand auch 22, dass es wieder hochgeheirkt. Alter, das wäre übrigens eine richtig geile Zahl gewesen. 2 zu 2 in der zweiten Minute 22. Wann hat der Bocki Geburtstag? Gestern. Genau. Was? 22. Äh, 22. Sorry. Was? Stimmt ja gar nicht. Haben sie trotzdem nichts. Nein, ich werde jetzt voll geschossen. Nein! Ich glaube, das... Ich war zu schnell. Och, fuck. Oh, wird gemacht. Oh, aua. Gebt mir nicht durch den... Oh, geil. Gerade sind hunderte aufgetaucht. Auf den habe ich auch spekuliert. Ja. Oh, sehr gut. Ich habe schon das Tor in uns drin gesehen. Wann ist das? 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 Äh, äh, hier Back to the Future oder Batman an? Ich fahre jetzt nur noch die ganze Zeit neben dir. Ich bin Penner. Ich glaube, ich muss auch mal irgendwie ändern. Ja, wollen wir da nochmal kurz eine Lobbypause machen? Können wir machen. Äh, lass uns dann lieber erstmal kurz noch eine Runde machen. Alter, morgen. Ja, sonst geht. Obwohl, naja gut, können wir auch eine Pause machen. Das ist kein Problem. Das reicht. Ist schon... Ist schon... Alter, sag mal, ich kriege den scheiß Popbüchel. Höh! Alter! Das gibt's doch nicht! Er ist durch. Mal kurz am Bart kratzen. Was machen, sag mal. Weg mit dir. Oh, shit. Ach, schade. Oh, schade. Alter! Was? Der geht noch rein, der geht noch rein, der geht noch rein! Schade. Ich nehme an. Und jetzt, ich halte den Aufsatz. Äh, ah, da. Hopp mir den, hopp mir den, hopp mir den. Tschüss, Shrek. Garage. Und nach, wo ist das, was ich neu gekriegt habe? Kettensäge, zweimal, yay. Ach, doch. Hier, Hula-Hook, äh, Hula-Girl. Die bewegt sich sogar, nein, die geil. Oh, wie geil! Will ich auch haben. Hab ich nicht sowas ähnliches? Hab ich doch. Achso, äh, als Antenna-Jug. Oder was ich jetzt weiß hab? Ah, nicht, nicht Saison, aber in der Schatten. Da würde ja das hier passen. Ja, ich seh das leider gerade nicht. Ja, für den Früchtehut. Den, ähm, Doktorhut hab ich jetzt. Früchtehut hat deinem Bruder. Äh, was passt denn dazu? Äh, Rufreisen, Stern, Niemann. Äh. Ja, und bei den... So, mit Datenstrom kann ich richtig nerven. So, Datenstrom. Ich hab's... ... von Anwild Tournament. Wäre... Äh, halb fünf von den... ... Videospieler-Antennen... ... bin bei mir noch freigestellt, ja. Huh? So, Datenstrom. Ja, der Gigantant. Ich hab wieder... Ich schmeiß den Rasenmäher an, ey. Rasenmäher? Ja, das hört sich echt an wie ein Rasenmäher. So, naja, mit dieser Gras-Spur, ja. Hm. Alter, die gibt mir jetzt schon auf den Sack, die Hula. Hahaha. Ach komm, mach ich das. Ähm. Hm. Ja, so. Richtigen, äh. Nachbrenner. Ähm. Ein Flammschrall, ähm, gibt's hier nicht. Bade. Doch, eigentlich schon. Nee. Ich mach Konfetti, alter. Nee, halt bei dem Dings, äh, die... ... Flammenwerfer und die... ... und dann, äh... ... Dings, ähm... ... und das andere, das sind halt... ... normale Flammen, aber halt nicht von so'n... ... wie von so'n Dings. Nimm doch Ion. Bitte was? Ja, aber das ist halt kein richtiger, äh, Nachbrenner. Naja, so eine Flamme seh ich da schon. Ist nur ne schöne, richtige Nachbrennern. Ja, nee. Bei nem Nachbrenner hatte ich Spur ne, ähm, andere Form. Ja, äh... Naja, Bocki, ich hab mehr Vorlagen als du, ey. Obwohl ich 30 Stunden weniger gespielt habe. Ja, gut, äh, 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 ich stell mich aber auch irgendwie immer, äh, äh, immer in der Mitte hin. Stefan hat auch schon 91 Vorlagen bei der Spiele. Naja. Ja, nein, total. Wie viele Tore hab ich eigentlich? Ja, verwerten. 700 irgendwas. 712 steht hier. Nice. Oh, äh, das nächste Spiel ist dann mein 200. Das ist das. Echt? Äh, 199 Matche hab ich bisher und halt... Äh, und wie viel hab ich? 595, Alter. Und wie viel hab ich? Weiß ich nicht, muss mal gucken. Noch mehr. Hm, 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 kann ich mal zeigen? 490 Vorlagen, 15 Rettungen. Statistiken. Siege, 414. Ach, ich habe insgesamt 852 Tore. Und 855 Matches. Ach, weil das sich ja, stimmt, weil das sich ja, ähm, hier, äh, ja, nicht, äh, nicht so schnell aktualisiert. Ach. Was, wie viele hast du? Ich habe 857, äh, gespielte Matches und, ähm, 852, äh, Tore. Ja. Heftig. Durchschnitt pro Match 0,99, oh, nice. Wir haben einen Durchschnitt von 0,83 Tore pro Spiel. Bei mir sind es 0,56. Aber ich spiel halt auch eher als, als Carry. Dann lasst uns mal, bevor hier meine Hula-Schlampe hier den Geist aufgibt. Nein, 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 ich will keine Replace gucken. Oh, Mann. Die Hützerstörung, oder ich? Das ist so. Christoph, wir müssen bestimmt schon 1.000 haben. Ah, Mann, oh, Mann, okay. Jetzt fehlt noch irgendwie so Hawaiianische Musik. Oh, da oben Goldhandel, Alter. So, jetzt kann ich ein Hähnchen merken. Oh, das war jetzt bei dein Eigentor. Ball, die Treffer! Das hört sich auch nicht gerade schön an bei mir. Oh, Alter. Nein, Stefan! Oh, ne Glanzparade! Oh, weg das Ei! Äh, Ei? Ei, ei, ei! Leute, was ist denn hier los? Alter, was ist denn hier los? Nicht gut, aber doch gut. Alter Schwede, wie bin ich da geflogen? Alter, wir waren noch vorne. Nein! Oh, Alter! Jetzt Gegenangriff. Nach vorne, Kenneth. Oh, scheiße. Doch, ja. Ich komme! Ja, den machen wir. Nee! Nein! Er hat mir aufs Beigeflogen. Aber schon gegen Angriff. Hat er jetzt gerade weh zerstört? Ich wurde zerstört. Boggie ist tot! Alter, spielt ihr das in Profis, oder? Juhu! Ich habe gerade geflogen, äh, das hast du noch nie gesehen. Und wir haben gegen Profis, äh, ein Tor geschossen. Komm, die sind nicht besser als ich. Zumindest sah das nicht besser, äh, naja. Ach, wie goldig. Ach, wie goldig. Gold haben wir es. Alter! Oh, Alter! Autsch! Danke. Ich erliere. Ach, schade. Sehr gut! Sehr gut reagiert, Rinchen! Ich denke nur so, nee, den würde ich lieber nicht. Oh, Alter, was hat das denn? Halt alles, ho, ho, ho! Ping! Bung, pang! Alter, hat er den daneben geknüppelt, ey! Alter, meine Hula-Schlampe, ey! Das ist alle Hammer, ey! Boah, Alter! Ja, toll, der geht rein! Nee, nee! Ah, Scheiße! Aber da ist keiner, da ist noch keiner! Da ist keiner, gut! Alter! Nee! Was war das denn jetzt für eine Scheiße? Alter! Was war das jetzt? Ernsthaft? Der ist einfach nach hinten gebackt! Das glaube ich aber nicht. Oh, Leute! Alter, das frustriert mich jetzt! Alter, schon wieder schneller! Ich dachte, das darf doch nicht sein! Nee! Nee! Nee, nee, nee! Alter! Was ist denn? Ich bin so ein bisschen schmerzt, ich bin so ein bisschen schmerzt! Ich bin so ein bisschen schmerzt! Und dann kommt so eine Nordusel, ey! Was? Nix da! Deine Mutter! Alter! Alter! Geschieht dir recht! Du hast gelacht! Mann! Ich kann doch nichts dafür, dass das erste Erfolge hier voll verpackt ist! Gut! Das zweite war jetzt nicht verpackt! Das war jetzt wirklich mein Fehler! Aber das erste, was war's? Was war denn das bitteschön? Das kann passieren, Dennis! Keine Bange! Nee! Das soll nicht passieren! Oh! Nein! Ich wurde blockiert! Oh! Hätte ich noch ein Eigentor gemacht, dann hätte ich ein Rage Quit gemacht! Ja, stimmt! Kriegst du ein Like! Boah, shit! Parade! Alter, was war das denn gleich? Drei Parade! Na, Rettab! Was? Tatsache! Ach, ich... Irgendwie ist das hier verpackt gerade! Alter! Sag mal! Oh, schade! Das ist doch unfassbar! Das ist schon meine vierte Rettung gewesen, Buggy! Was zur Hölle! Zack hat einen abgerollt! Ja, die gehen richtig ab, ey! Was sind das denn für Leute? Boah! Die warten halt einfach, bis wir es vergeigt haben! Und dann... Nee, 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 nee! Die sind generell sehr gut! Das merkt man schon alleine, wie... 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 Oh, Alter! Wie häufig die bei uns im Traum sind! Ah, gefloren! Zumindest ein bisschen! Oh, schade! Ah, Stefan, schade! Ach, scheiße! Ich wollte sein wer... Alter! Komm! Was? Was? Oh, was war das denn? Oh, scheiße! Das war gar nicht bei Fluch da in dem Spiel! Hallo! Hallo! Ich lobe dich nicht! Alter! Okay! Jetzt bin ich nicht nur der einzige Depp! Was? Was? Puts! Sauber! Richtig! Wollte alles! Er wollte halt auch mal ein Tor schießen! Nein, 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 nein! Da liegt der erstmal auf dem Rücken! Wie so ein Maikäfer! Ja, der geht drüber! Und das denn, äh, Merz? Das ist ein Merzkäfer! Und da müssen wir dann auf jeden Fall halt nochmal eine Runde gegen dich spielen! Oh, Alter! Oh, Alter! Ja, auf jeden Fall, also! Machen wir nochmal! Äh, wie war's nochmal? Oh, ich hab keinen Drogen! Nochmal gegen dich spielen! Ja, ja! Ja, weil das ist echt ein mega verbuggter Spiel! Also, die... Also, ja, nicht verbuggt, sondern... Du bist einfach zu dämlich! Ja, aber das erste Eigentor, was war das denn? Bitteschön! Kein Name! Naja, aber das Spiel sehen wir erst dann in der nächsten Folge! Ja, Rechnung kriegst du!